Nur zwei, drei Sätze. In unserer Vergangenheit, oder jetzt, in unserer Zukunft vielmehr, oder man könnte auch sagen, jetzt, in allen Zeiten, hat sich was in unserer Welt verändert. Das ist ein scheinlots richtiger Satz. Die Veränderungen in der jüngsten Vergangenheit sind etwas gravierender. Unser Schlagzeuger ist weit, weit weggezogen. Und wir können nur noch sporadisch proben und selten nach der Klasse spielen. Dennoch ist er da. Und das ist die Klausel. Nächste Lied. Ja, vielen Dank. Nächste Lied. Auch als Download. Auf unserer Homepage bei Last.fm, bei MySpace, Pirolio, Facebook. Egal, überall im Internet zu finden. Ladet es euch bitte unter Verbreitet. Dankeschön.